Flux FM. In digitaler Gesellschaft. Die Koalitionen Freies Wissen, zu denen auch der Digitale Gesellschaft e.V. und die Open Knowledge Foundation gehören, haben sich zusammengefunden, um anlässlich der bevorstehenden Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin, 18. September, einige Parteien einfach mal vorab zu befragen. Sie konnten dabei Stellung nehmen zu Themen wie zum Beispiel freies Software, offene Daten, freies Wissen, digitale Bildung, zu Grundrechten, sowieso Zugang zum digitalen Raum. Geantwortet haben Bündnis 90 Die Grünen, CDU, Die Linke, Piraten und die SPD. Und über die Ergebnisse wollen wir natürlich mehr erfahren von Alexander Sander vom Digitale Gesellschaft e.V. und heute hat der Mal Arne Semsrott mitgebracht von der Open Knowledge Foundation. Herzlich willkommen bei Flux FM. Hallo. Vielen Dank. Wir sind gespannt über die Ergebnisse. Ihr habt also alle Parteien zu netzpolitisch relevanten Themen befragt. Was ist so grundsätzlich euer Eindruck? Ja, wir sind erstmal froh, dass alle geantwortet haben. Und die meisten haben auch relativ ausführlich geantwortet. Und es lässt sich auf jeden Fall erkennen, dass die regierenden Parteien, also SPD und CDU, wenig zufriedenstellende Antworten gegeben haben aus unserer Sicht. Die Oppositionsparteien, also Linke, Grüne und Piraten, haben dann eher progressive Antworten gegeben. Wir haben Fragen zu Überwachung, zu offenen Daten, aber auch zu Zugang zum Netz, also zu Netzneutralität, aber Breitbandausbau Fragen gestellt. Und hier merkt man auf jeden Fall, dass vor allen Dingen die Oppositionsparteien interessantere Konzepte haben und eher, ja zum Beispiel für Breitbandausbau sind, aber eben auch sehr überwachungskritisch sind. Und deswegen, ja, für uns ist es zumindest so, dass die regierenden Parteien da nicht so gut abgeschnitten haben. Kommen wir gleich mal zum Thema Überwachung. Wie stehen die Parteien dazu? Wir haben zwei Fragen gestellt. Einmal zur Funkzellenabfrage. Funkzellenabfrage. Funkzellenabfrage ist, es passiert irgendwo was in Berlin, ein Kapitalverbrechen zum Beispiel. Und dann wird in der Region geschaut, welche Handys dort an dem Platz waren. Das führt natürlich auch immer dazu, dass sehr, sehr viele Daten mit abgeschöpft werden von völlig unbescholtenen Bürgern, weil in so einer Funkzelle relativ viele Handys sich eben aufhalten. Und hier gibt es eben weitreichende solche Funkzellenabfragen. Also dieses Mittel wird sehr oft verwendet. Das bedeutet, es werden sehr oft eben Informationen gesammelt von völlig unbescholtenen Bürgern. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass jede Berliner, jede Berlinerin schon mal eben erfasst wurde, schon mal eben Teil so einer Funkzellenabfrage war. Und das Problem ist auch, dass die Bürgerinnen und Bürger darüber nicht informiert werden. Also man weiß es gar nicht, ob man zum Beispiel schon mal eben von so einer Funkzellenabfrage erfasst wurde. Und hier haben wir eben die einzelnen Parteien gefragt. Auch hier eben die Regierungsparteien, die da relativ unkritisch dem Ganzen gegenüberstehen. Die SPD hat zumindest noch mal darauf verwiesen, dass sie 2013 eben hier die Funkzellenabfrage etwas restriktiver gestaltet haben. Die CDU steht dem Ganzen aber sehr, sehr positiv gegenüber. Kritische Worte findet man gar nicht. Also etwa in Bezug auf Grundrechte oder Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Ganz anders als eben bei den Oppositionsparteien. Hier hört man sehr kritische Worte. Hier wird zum Beispiel eben gefordert, dass es eben nicht mehr so weitreichende Funkzellenabfragen geben soll. Und dass vor allen Dingen eben auch die Betroffenen dann im Nachgang informiert werden sollen darüber, wenn sie eben bei so einer Funkzellenabfrage erfasst wurden. Und dass eben, wie gesagt, das Ganze nicht mehr so ausufernd genutzt wird, wie es jetzt gibt. Es werden eben die Fragen nach Grundrechten gestellt. Es werden die Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme gestellt. Also wie wirksam ist das Mittel überhaupt? Und ja, hier gibt es eben einigen Verbesserungsbedarf, den die Oppositionsparteien derzeit sehen. Weiterer Punkt, den ihr abgefragt habt, ist das Thema Open Data. Offene Daten und freies Wissen. Wie haben die da so geantwortet? Ja, die Antwort darauf, die ist wenig überraschend, alle finden es toll. Open Data finden alle toll, Transparenz der öffentlichen Verwaltung finden alle toll. Wenn man sich dann ein bisschen genauer anguckt, was denn die einzelnen Parteien damit meinen, da gibt es dann doch einige Unterschiede. Und wir haben zum Beispiel Wissen wollen von den Parteien, wie sie zu einem Transparenzgesetz stehen. Also zu einer gesetzlichen Grundlage, die die öffentliche Verwaltung dazu verpflichtet, ihre Daten dann wirklich online zu stellen, wie das in Hamburg zum Beispiel der Fall ist. Und da haben vor allem die Oppositionsparteien, Grüne, Linke, Piraten, gesagt, dass sie so ein Transparenzgesetz deutlich unterstützen. Und in der vergangenen Legislaturperiode haben sie da auch schon eigene Gesetzentwürfe für eingebracht. Und auch die SPD sagt, dass sie so ein Transparenzgesetz befürwortet grundsätzlich, was ziemlich begrüßenswert ist, weil man in der letzten Legislatur nicht viel von der SPD dazu gesehen hat und auch im Wahlprogramm nichts dazu steht. Aber jetzt haben wir es offiziell als Antwort auf unsere Frage. Auch die SPD unterstützt ein Transparenzgesetz. Die einzige Partei, die da ein bisschen ausschert, das ist die CDU. Die setzt darauf, dass die Verwaltung freiwillig ihre Daten ins Netz stellt. Und wenn man sich ein bisschen mit der Berliner Verwaltung befasst hat, dann kann man, glaube ich, sehen, wie groß die Erfolgschancen da sind, wenn die Verwaltung das freiwillig machen soll. Da passiert leider nicht viel. Wie stehen die Parteien zu freier Software? Vielleicht auch nochmal die Erklärung, was heißt das freie Software und was haben die geantwortet? Also freie Software ist das Gegenteil von Windows. Das wäre zum Beispiel jetzt eben Linux oder OpenOffice oder sowas, was man eben kennt. Also das ist eben Software, die frei zur Benutzung zur Verfügung steht. Und hier gibt es ja zum Beispiel eben München, die eben Linux-basiert ihre Verwaltung aufgebaut haben. Und hier ist eben die Frage, inwieweit da Berlin vielleicht eben auch nachziehen möchte, inwieweit eben diese freie Software in Berlin zum Beispiel in der Verwaltung genutzt werden soll. Und hier ist es auch vor allen Dingen eben so, dass vor allen Dingen die Grünen und auch die Linken sehr positive Vorschläge machen, dass hier eben versucht werden soll, aktiv versucht werden soll, freie Software eben zu nutzen. Vor allen Dingen auch die Grünen machen einen sehr guten Vorschlag, dass wenn eben Software auf den Markt gebracht wird, die durch öffentliche Gelder finanziert wurde, also wenn zum Beispiel eben Projekte, Forschungsprojekte auf den Weg gebracht werden oder ähnliches, und dann hier am Ende eine Software entsteht, die von staatlich finanziertem Geld sozusagen auf den Weg gebracht werden wurde, dass die eben auch unter einer freien Lizenz zur Verfügung steht. Ein bisschen verhaltener ist die SPD und eher ablehnt ist die CDU, die ja, man hat den Eindruck, fast schon Angst vor freier Software hat. Die hat vor allen Dingen eben die Befürchtung, dass dann eben diese freie Software dann auch leicht umgebaut werden kann und dann für irgendwelche illegalen Zwecke verwendet werden kann. Was sie genau damit meint, ist uns jetzt auch erstmal schleierhaft, aber offensichtlich gibt es da bestimmte Berührungsängste seitens der CDU. Aber auch hier wieder eben vor allen Dingen die Oppositionsparteien sehr progressiv in dem Ansatz. Merkwürdig war, dass die Piraten nicht geantwortet haben auf unsere Frage, aber hier wissen wir zumindest von 2011, dass sie da eben auch entsprechend weitreichende Vorschläge gemacht haben, warum sie sich jetzt diesmal nicht dazu so geäußert haben, bleibt auch erstmal fraglich. Da habt ihr gesagt, auch zum Thema Urheberrecht, da habt ihr ein paar Fragen gestellt. Was waren da die Antworten? Genau, da wollte der Verein Wikimedia wissen von den Parteien, wie sie zum Beispiel zum Urheberrecht von gemeinfreien Werken stehen. Also da gab es einen Fall vor kurzer Zeit, dass eine Museumsgruppe Wikimedia mit der Wikipedia verklagt hat, weil es ein Foto gab eines Bildes, das in einem Museum hing. Und dieses Foto, das wollte nun dieses Museum unter Urheberrechtsschutz stellen. Das heißt, das Bild an sich urheberrechtsfrei, gemeinfrei, da konnte man eigentlich frei verwenden, aber da hat das Museum gesagt, ja das Foto, das wir davon gemacht haben, das soll jetzt wieder unter Urheberrechtsschutz stehen. Und da wollte der Wikimedia-Verein wissen von den Parteien, wie die dazu stehen. Und die CDU, die hat da relativ klar so eine ziemlich konservative Position bezogen. Und die haben gesagt, dass das Urheberrechtsgesetz ja doch erstmal recht klar macht, dass erstmal die Urheber selbst darüber entscheiden sollen, was damit passiert. Und das würde dann in diesem Fall bedeuten, dass die Museen selbst entscheiden können, ob jetzt Fotos frei verwendet werden können oder nicht, selbst wenn die Bilder dahinter gemeinfrei sind. Die SPD war da ein bisschen gespalten, hat sich grundsätzlich schon für einen offenen Zugang zu solchen Werken stark gemacht. Aber in dieser einen Frage waren sie jetzt nicht so klar. Viel klarer waren da die Grünen und die Linken, die gesagt haben, dass man da viel offener mit umgehen soll. Also die Grünen und Linken scheinen einiges etwas lockerer zu nehmen. Entnehme ich euren Antworten bislang. Ja, im Allgemeinen die Oppositionsparteien, genau. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Überwachungsthema, weil es einfach auch sehr lustig ist, die Antwort von der SPD. Wir hatten auch noch gefragt nach dem gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrum. Da wollen verschiedene Bundesländer sich zusammenschließen, um die Telekommunikationsüberwachung zu realisieren. Es ist auch erstmal unklar, was da jetzt genau überwacht werden soll. Die Verträge sind auch nicht öffentlich oder transparent. Klar ist aber, dass eben die CDU dem sehr begeistert gegenübersteht, die Oppositionsparteien wieder sehr kritisch gegenüberstehen. Und interessant auf diese Frage war die Antwort der SPD, die, ich zitiere, dazu sagt, hierzu gibt es in der Berliner SPD keine abgestimmte Position. Dieser Sachverhalt fällt in die Zuständigkeit des Senats. Und das fand ich doch eine recht verblüffende Antwort, dass hier die SPD sozusagen an den Senat verweist, dass dort die Zuständigkeit liegt. Also auch hier bei den Antworten gibt es dann doch einige Antworten, die doch zumindestens überraschen. Und wir wollen natürlich nochmal euer Fazit auch hören. Ihr könnt das alles auch nochmal nachlesen, bevor ihr euer Kreuzchen macht. Wenn euch diese Themen interessieren, wie die einzelnen Parteien dazu stehen, digitalegesellschaft.de ist eure Seite. Da habt ihr alles nochmal aufgedröselt, zusammengefasst. Man kann auch die Antworten dann nochmal alle nachlesen, auch im Detail, ne? Genau. Und auch bei unserem Partner Free Software Foundation zum Beispiel auf den Webseiten FSFE zum Beispiel. Dort kann man dann auch nochmal die Antworten sehen. Also bei all unseren Kampagnenpartnern wird dann sozusagen auch nochmal darüber berichtet. Ja, das war ja eine große Partnerschaft. Dann wollen wir nochmal kurz euer Fazit jetzt hören. Ich glaube erstmal das positive Fazit ist, dass es Alternativen gibt zwischen den Parteien. Man hat die Wahl und es gibt tatsächlich einige Unterschiede zwischen den Parteien in ihrer Bewertung, gerade von Fragen zu freiem Wissen. Und wir sehen, dass da vor allem die jetzigen Oppositionsparteien deutlich fortschrittlicher sind als die jetzigen Regierungsparteien. Und die Chancen stehen ja auch nicht schlecht, dass eine jetzige Oppositionspartei dann nach der Wahl im Senat drin sitzt. Und dazu ist mir aufgefallen, das ist dann nur eine Nebenbemerkung, dass ja die SPD seit 1989 in der Regierung sitzt in Berlin. Ja, das ist dir mal gerade so aufgefallen, ne? Das fällt vielen auch schon lange auf. Die machen auch immer ihr Kreuzchen da und finden das richtig gut. Wer weiß, wie die Wahl diesmal ausgeht. Auf jeden Fall habt ihr uns ein Stück weitergebracht bei vielen Themen, wo man ja auch noch im Argen lag. Und das ist sehr aufschlussreich. Geht gerne auf digitalegesellschaft.de. Auf dieser Seite findet ihr alle Fragen nochmal und natürlich die Antworten und Ergebnisse zusammengefasst. Die Koalition Freies Wissen, zu denen gehört auch der Digitale Gesellschaft e.V. und die Open Knowledge Foundation. Und viele mehr haben sich eben an die Parteien gewandt, mit verschiedensten Fragen, auf die wir gerade Antworten bekommen haben. Und ich sage vielen Dank an Alexander Sander und an Arne Semsroth. Gerne. Gerne. Untertitelung des ZDF, 2020